Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3 mit dem Ray, mit dem Ferb, mit dem All Rampage und mir dem Mushroom. Guten Tag, hallo. Unsere Mission geht weiter, ich habe keine Ahnung, was es war. Irgendwas, irgendwas. Krass, ich finde den Wartungsaufzug, Mann. Ah ja, finde den Wartungsaufzug. Okay, gut, das war nicht auch. Da vorne ist er, glaube ich. Wir wurden hier gerade noch angegriffen. Ich glaube, die nächste Star Wars Episode wird auch so heißen. Episode 10, Wartungsaufzug. Oder die Suche nach dem Wartungsaufzug. Oh, nice. Immer noch hier ein geile Ding. Oder der Wartungsaufzug schlägt zurück oder so. Ja, Mann. Es sieht aus, als ob hier nachher so ein Fight wäre. Ja, ja, never. Hier wird nur gekuschelt. Von Laser wieder abgehst, Mann. Hier passiert nichts an, Alter. Schönen Granaten auf den Jungs, ne? Kanadenschen, Kanadenschen Manaten, Alter. Ich sage einfach mal, wirf die Kohlen weg, Alter. Wirf mal die Kohlen schön in den Gully, Alter. Ja, wir müssen, ja, erstmal hier alles looten und dann... Ja, Mann, einfach wieder Munition holen. Braum. Braums. Hup. So. Ja, in den Kommentaren wurde ja geschrieben, dass unter den letzten Folgen, dass Mushroom bitte, wenn er wieder aufnimmt, sich ein bisschen anstrengen soll, weil mein Gameplay war halt schon echt pornogeil und... Was? Naja. Ja, das haben die geschrieben in den letzten Folgen. Ja, ja. Was? Gelogen. Kleiner Insalte, die Folgen sind noch nicht mal gerendert worden, aber ich behaupte das einfach mal. Hast du wieder so verkalkt, Arnold? Ja, das war furchtbar, ich sag's dir. Das war richtig schrecklich. Ja, haben wir alles, können wir weiter? Ich würde sagen, wir schieben mal das Vipa-Laufwerk da rein, Alter. Ja, Mann. Schieb mal rein, Mann. Komm da runter. Nee, das ist er doch. Aufsagen. Wir sind drin, oder? Das ist ja einfach. Das ist wie damals bei AOL. Das sagst du öfters, Fabi, oder? Das sagt er jetzt. Das sagst du öfters. Hä? Er muss immer nachfragen, Arnold. Ist er jetzt drin? Erstmal nachfragen. Passt das so, ja? Ich passe so. Ist es das? Was? Boah. Da ist er. Er kriegt erstmal eine Grenade ab, Mann, da vorne. Zack. Zack. Oh, fuck. Er jumpt mega weg. Ein Idiot, Hitler. Wie ist das, halt, die alle so stark, dude? Der kann... Hey! Warum nicht so stark, Mann? Warum bist du so stark? Aber ein gutes Gameplay, Alter. Alter. Deswegen lege ich jetzt auch Scheiße. Ich premium bist du. Ja, natürlich. Ich habe mich selber zurückge... Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Sonst kann das alles hier. Das kann nichts. Wo bist du? Oh, da fliegt einer rum. Chat-Solder. Chat-Cooper. Ich bin, ich bin Level 1 zu Ende, Jungs! Oh, Fabi ist ganz allein. Ich eile ihm zur Hilfe. Ja, mein Anzug hat da den Geist aufgegeben. Armer Fabi. Warte mal, unfair. Erstmal anzünden. Stirb! Ich habe noch 5 Granaten. Lass mich ihn hochheben. Und jetzt Granaten. Ich habe keine mehr. Bam! Töte den! Bam! Jetzt habe ich keine mehr. Ja, gelbe Regen! Bam! Oh, der Noct! Wie er wegliegt? Dude, jo! Yeah, Mann! Richtig nice. Nice, ne Sirenen-Mod, aber... Oh, was habe ich da... Was hat mich da... Schützel-Mod aufgestrahlt. So schön verstrahlt. Ich habe ab zu Mars. Was? Was? Meinesfalls. Sind da noch Gegner, Alter, da hinten? Wir sind ja auch auf Mars, Alter. Ist noch ein Mond. Ja, irgendein Mond. Ja, Arnold hat mich herausgefordert. Ich habe ab zu Mars. Sag nicht, dass du meinen Laser zerstören wolltest. Das ist mein Lieblingslaser, Reese. Aber echt, ey. Ist voll Anti-Laser, ey. Da steh doch, äh. Diese ganze Laser-Nummer. Macht es meinen Leuten schwerer Arm, oder? Oh, da kommen noch mehr Gegner. Alter, ist, come on, ey. Töte dich mit Moral. Wie kann man deine Mitarbeiter? Ich tu das für uns. Sterb doch einfach, Mann. Au! Knock! Oh! Dicker Knock. Fein Knock. Du seh, der ist noch mitten auf der Fläche. Elektro-Waffe! Verdammten Kamerjäger! Ich dachte, der Elektro-Waffe ist ein Rufigen Schilder. Das geht aber nicht. Oh! Verdammter Jedi-Ritter! Boom. Alter, dieser Knock, gell? Badass Knock. Badass Knock. Knock, ey. Voll zerrissen. Autsch. Hm, eine Flinte. Immer auf den Tank. Immer geil. Ey, was blickert mich da? British, 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 British. Nicht. Oh, shit. Boom. Und im Radius gestanden, Arnold? Nein. Nicht. Alter, der Super Tank kommt hier so angerusht, Mann. Das ist schon brutal, ey. Wir sind da... Noch einer. Ist einer weg, oder was? Ah, nee, da. Blitzsoldat, man läuft hier rum. Da lief einer rum. Oh Gott. Versehen. Oh ja. Zeit für Geheimagentenkram. Benutz die Lüftungsschächte. Sie führen mich in den Wartungsbereich. Okay. Ja, klasse. Oh, hier liegt noch was. Nix Gutes. Oh nein, ich komme nicht durch mit meinem Anzug. Scheiße. Jetzt runter. Komm, erst mal looten hier. Granaten. Granaten sind wichtig. Granaten. Granaten. Scheiße. Durchsuch die Leiche. Wir brauchen die Information. Gut. Durchquere den Wartungsbereich. Ich habe vielleicht... Ich habe diese Scheiße jetzt. Ey, in den Toiletten liegt Geld. Das darf man nicht... Oh, was ist das denn? Oh, der Sniper. Bin ich. Ich nehme keine Waffen mehr auf. Bläderfeuer. Drei, zwei, eins. Was? Wow. Nein, das war mein Lieblingsbäcker. Katagawa, du Monster. Sein Lieblingsbäcker? Oh ja. Das war erst die halbe Krache. Er hat den Bäcker kaputt gemacht. Nein, Alter. Assi, Alter. Das geht nicht. Das geht nicht. Dieser scheiß Katagawa. Ich war so nah dran, ihn aufzuhalten. Dann hat er sich mit diesen verfluchten Kindern der Kammer zusammengetan. Diese verfluchten Kinder. Gegen kostenloser Arbeiter komme ich nicht an. Ähm, ist man hier lang? Fuck, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, hat das jetzt geklappt mit der Leiche durch diesen... Achso. Ich habe keine Ahnung. Wo war die Leiche überhaupt? Da, wo ganz viel Blut ist und jemand rumliegt und nichts tut. Achso, hier etwa? Na hier unten. Oh, das ist ein Speierfunk. Seid alle drei vorbeigelaufen. Ah, er ist tot. No. Wirklich. Hi. Wuii. Okay, es soll man nicht runter springen, ey. Ah. Er ist mal da lang. Das ist eine Slotmaschine. Seht ihr das? Ja, Mann. Wo ist eine Slotmaschine? Da, rechts. Mit einer angezeigt. Komm mal nicht hoch, Mann. Scheiße. Da drüben sieht es noch Kiste aus. Das ist bestimmt irgendwo was. Ja. Ah, das ist aber noch eine Munitionskiste. Slot, Slot, Slot. Ja, und ich schätze niemals die Macht einer Munitionskiste. Da oben geht es noch weiter. Los, los, los. So ein Dingautomaten, Mann. Und hier ist natürlich noch mehr Munitionskisten. Aber hier gibt es Granaten. Naaah. Warte, ich bin tot. Das wird teuer. Nee, da kommt man da nicht hin. Hä, fuck, wie kommt man da hin? Okay, okay, okay. Das ist da drüben irgendwo, oder? Ja, da kommst du nicht von hier aus hin. Da müssen wir ganz zurück. Ja, okay, scheiß drauf. Oh, nein, fail. Ich gucke gerade noch mal wegen der Nebenquest. War die nicht hier auch noch irgendwie? Ich verteile mal so lange den Skillpunkt. Die ist nämlich auch hier hinten. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Drone, Drone, Drone. Drone, noch mal zurück, noch mal zurück, noch mal zurück. Kommando, zurück. Komm ich dir gerade, jetzt komme ich dir gerade raus. Kommando, Faust. Ich kann kein nix dafür. Ein bisschen Sport tut nicht weh. Ja. So ein Roboter braucht auch Sport, ja? Seine armen Roboterbeine. Der Affe, der ist nicht so... Nicht so sportlich, sagst du? Bist du der Läufer? Der ist ja der Sprinter. Soll nämlich dem Blut folgen. Gefährlich auf kurzer Distanz. Guck hier, liegt der Tode. Tod. Ah, da ist er ja. Blut. Hey Arnold. Da sind die Infos. Also... Da war ich vorhin, das war ich gesperrt. Nice. Der bitte... Wie viel Blut hat der bitte in sich gehabt? Alter, trink doch nicht so, Mann. Vielleicht würde das Atlas auf die Sprünge helfen. Nicht, dass ich noch große Sprünge machen würde. Mensch. So, wo ist das nächste? Das ist auch hier, oder das ist weiter weg? Das ist am Ende der Map. Das ist am Ende der Map. Am Ende des Ganges? Am Ende des Ganges. Aber da sehen wir es wieder, liebe Zuschauer. Am Ende der Map, am Ende der Welt. Das ist wieder so typisch Mushroom, der denkt immer noch, die Welt ist eine Scheibe. Und man fällt hier runter. Es ist doch Flat Earther, Mann. Ja, Mann, du bist so ein Flat Earther. Richtig krasser Verschwerungstheoretiker hier. Richtig krasser Flat Earther. Flat Earther. Flat Earther. Was? 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 Hä? Geh nicht. Guck mal da echt nicht hoch. Doch. Wenn man hinten rumläuft. Ja, aber sonst hier nicht. Nein, Mann. Das war ein Premium Move, Mann. Kann ich auch. Geil, Mann. Liebig geiler Typ, ey. Wenn jemand ärger? Lass mal, mach schon mal alleine, Mann. Wenn er schon mal so reinrennt. Boah, jetzt mischt du dich auch noch ein? Alle, die haben einfach keine Ahnung. Ach sie, ey. Alter. Alter, es hat mir gerade viel getaucht. Planeten. Ein Märtyrer, verdammt. Natürlich explodiert hier alle. Soll ich bin tot. Wo ist ein Gegner? Ja, Mann. Das kann doch nicht wahr sein hier. Hallo, Entschuldigung. Ah, da oben. Fabi, ich seh nix. Ja, Mann. Fabi, so ruflich laut kann ich auch nix treffen. Gott, mein Style. Ja. Was für ein Style? Der, der, da hat keinen Namen. Special Style, Mann. Okay, Mann. Oh, der Idiot. Was ist da hinten? Da hinten geht es irgendwo rein? Nee, doch nicht. Katagawa. Tötet den Kammerdief und ihr verliebt euch einen Platz neben mir, wenn die große Kammer öffnen. Da kommt man doch irgendwie hoch, Mann. Ja, kommt man. Guck hier und dann zack und zack und zack. Oh, nice. Previo. Wo bin ich jetzt? Ja, ich hab Ausbildung als Borderlands Parcours Jäger. Oh, nice. Geil. Sehr gut. Aber, ja, ist hier weniger interessant hier oben. Ja, Munitionskisten, da gibt's Geldgranaten. Geldgranaten. Oh, hier kann man nicht Reiz leiden. Richtig viel Money, ey. Oh, tschüss. Da ist Geld. Geld ist wichtig. Oh, Alter, drüben geht's wieder ab, ey. An Tink. Tink ist da. Oh, da macht er so viel Schaden, Mann. Ha! Oh, boah. Ben, der ist in Forza, Alter. Boah. Oh, die Bannade ging daneben. Die auch. Shit. Ah, der ist ganz schön stark, ey. Ah, da ist er. Der fette Mann hier. Ich fahre die Granate an den Arsch, Mann. Aua. Sterb! Juhu! Money, money, money. Oh, ich bin downed. Oh, das war der Weg. Alter, ich hab 111.000, Mann. Ich hab 122.000. Oh, nee, doch mal so, Alter. Boah. Mega fies. Ich mach mich zum Ding, ich mach mich zum Ding böser. Ja, vor dir. Ich mach mich zum Ding, ich mach mich zum Ding. Ich bin hier 1000 Granaten einfach. Boah, Alter, der ist einfach eine Granate abgebrot. Und ich hab die abgekriegt. Nein, was war das denn? Fuck. Fabi hat mich tot getrampelt. Ja, genau. Kill den. Ah, das war ich. Ja, Alter. Sehr gut. Da oben ist eine Clash-Rap-Geschichte, ne? Ey, wenn, wenn einer einen killt beim Liegen, werden alle wiederbelebt. Das hab ich gar nicht gemerkt. Dann ist das aber eine Fähigkeit. Weil normalerweise ist es nicht... Das ist voll cool, ja? Alle drei, vier, vier... Nee, das ist normalerweise, das ist nicht normal. Nee, ich glaub eher, dass du ein Ding gemacht hast, oder? Weißt du, dass du irgendwie so eine Dot-Gemacht hast? Also irgendeine, ja, Elektro-Korrosion, was auch ever. Und dadurch hast du dann auch... Ich wäre sicher! Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Ich wäre sicher! Also ich hab auf jeden Fall meinen Affen, die Fake-Bad, das gilt, dass er mich aufheben kann. Das ist ja geil. Kein richtiger Affen-Move, Alter. Ein richtiger Affen-Move, ey. Keine Affen, Mann. Sind da noch Gegner, oder warum ballert ihr noch? Da war noch ein Schicks. Wir müssen das Claptrap-Ding da noch holen, Leute. Da oben, dann müssen wir irgendwie da hinten hoch, glaub ich. Ah ja, ich hab's schon wieder rausgefunden, wie's geht. Kannst du's holen? Ja, ich weggek das hin, das ist kein Problem. Ich bin da hier. Oh, ich sehe ja drüben noch eine Munitionskuss. Meine Weiterbildung war natürlich hier. Ach, das ist ja für diese Damen. Das ist einfach diese verdammte Truhe. Oh, er hatte eine Antenne für meine Freundin. Jetzt kann sich noch jemand außer mir meinen Podcast anhören. Meine Beherrschaft hat sich verdoppelt. Oh, Matratzen-Reklame? Ich warte! Oh mein Gott, Mann. Kann man das Lipp nehmen? Nein, geht nicht. Verdammter Claptrap, Mann. Sorry. Gesundheit! Ich bin allergisch auf Claptrap-Klept-Klept-Kleptologie. Kleptoman? Kleptomanie. Ja, ich bin Kleptoman, was? Haben wir's? Oh, ich hab noch einen Skillpunkt zu vergeben. Das ist ein richtiger, richtiger Skiller, ey. Richtiger Barbo, Mann. Alles nachgeladen, Boys. So. Alles richtig derbe nachgeladen, Alter. Seid ihr Schussbereit? Ja, manchmal. Oh, guck mal, guck mal. Wo bleibt der Übernahmevertrag? Oh, guck mal, warte mal ein bisschen. Kannst du sagen, ey, was mit der? Worauf soll ich jetzt schießen? Na, nur Schrott. Wie wäre es mit deinem Lieblings- Komm, geh weg mit dem Mist, ey. Beißschild ist gut, glaube ich. Nicht Lazy River, Mann. Das ist Lazy Riverland. Nein. Oh, nein. Oh, was geht hier? Oh, nein. Hat er wieder was zerstört, oder was? Er hat Lazy Riverland zerstört. Nein, da bin ich immer voll gern hin. Der Eintrittspreis ist Atlas. Ach, wir müssen diesen Laser irgendwie deaktivieren. Wir machen ihn schon kaputt. Keine Sorge. Hör doch mal auf, Mann. Mit dieser BFG hier. Grund zu ballern. Big fucking Laser, Mann. BFL. Big fucking Laser, Mann. BFL, Mann. Wee. Hopp. Ist irgendwas noch in der Nähe? Alter, ich glaube, dieses Ding ist nicht so gesund, wenn wir da in der Nähe sind. Wo? Wir haben dieses Triebwerk hier. Oh, jetzt komm, stell ihn nicht so an. Dieses Triebwerk, Alter. Das, was jetzt hier losgeht. Ah. Vielleicht das, ne? Ich stürze ab. Ich Idiot! Er stürzt ab. Nichts hält ihn innerlos. Oben. Genau, hält ihn oben. Er rauscht ganz schnell zum Boden. Ja, verständlich. Voll gerne. Und jetzt bin ich verspannt. Und ich hab kein Ruhe. Düst ab, ihr Düsen. Ui. Ich stürze wieder ab. Ach, doch nicht. Vergessen wir das. Aber hey, das hat funktioniert. Oh Gott, schaffe ich das? Was zur Hölle ist hier los? Ich wollte dem Atlas-Hauptquartier gerade einen Iroh verpassen. Bringt diese Düsen wieder zu laufen? Eine Iroh? Oh ja. Ja. Beseitige die Kultisten und dann weiter. Oh. Er wollte ja einen Iroh verpassen. Okay. Wuhuuu! Wahnsinnige! Granaten! Granaten! Mani! Will jemand ärgern? Nein, keiner. Okay. Nice. Oh, lass uns in Ruhe, du Influencer, Mann. Ey, Badass-Tink, Mann. Schau mal hier. Und daneben geworben, die Scheiß-Gornade. Nein! Hau mal! Alter! Ich kenne einfach geil, Mann. Hallo, ich kenne jemanden. Ich kenne sie. Ich kenne sie. Ich kenne sie. Einen Moment! Warte mal ganz kurz. Hier. Zack! Wie er weghechtet, Mann. Bleib doch mal stehen, Junge. Boah, der Shotgun-Tink. Oh, Shotgun-Tink, ey. Ist einer auch beim Rampage noch. Er versucht abzuhauen, aber es geht einfach nicht. Nein. Ich sag nix. Nein. Hallo, Fanatiker. Geh endlich rumballern. Hallo, Entschuldigung. Danke. Nicht hier. Oh, das war nicht so schlau. Da kommen wir ja gar nicht ins Geld, wann. Nee. Sagt meinen Kindern! Ich wünschte, ich hätte sie gezeugt. Ich hab nen Schalter hier. Ach, es ist farbig, okay. Es wird rasiert! Und vorbei! Ich seh' mal, dass dein Affe die Fässer, die rumstehen, aufnimmt und die dann hier. Ja, ist echt cool. Guter Affe. Ja, das macht er. Der Affe ist auch wirklich cool. Wie heißt der Affe? Der Affe steht jetzt nicht. Äh, Fleischdieb. Fleischdieb? Fleisch, immer. Dann würd ich meinen Affen auch nennen. Der heißt so, so steht er das da. Fleischdieb. Ja, ist ein schöner Affe. Lass mal noch mal ganz kurz Nebenquest checken. Ist das nicht hier gewesen? Oh ja, mach dich mal. Nebenquesten, Mann. Ja, das ist gerade da vorne. Guck. Ich guck. Guck! Look, look. Looki, looki. Looki, looki machen. Erstmal. Ich glaub, das ist oben. Wir müssen irgendwie hoch. Über uns, Mann, Jungs. Über uns. Über... Oh, guck mal. Hier, Fabi, da kannst du rein. Da... Ja. Da kannst du rein. Da ist so'n sympathische Sägeblätter. Ringsum. Symbadische. Symbadisch. Symbadisch. Da geh ich hin. Da kannst du rein. Geh mal hin, Jungs. Ich bin jetzt gefeiert, wenn er das erste Mal da runter wäre. Oh, da ist ein Hebel. Zieh mal dran. Nein. Kein Bein. Bring ihn in den Schach. Anscheinend hat mein Agent endlich gesungen. Sieh in dem Spind nach. Vielleicht sind die Infos noch da. Hey, was soll das? Scheiße, Alarm. Neutralistische... Da kommen wir. Alarm. 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 Wart, wart, wart. Der Ausquetscher. Aus, was? Wie heißt der Ausquetscher? Der hat mega viel Geld im Botnonee sehe ich gerade. Und er kriegt noch richtig viel mehr draus. Er denkt sich, hey, warum beschmeißen sie mich mit so komischem Zeug, Mann? Nichts passiert. Alter. Ein bisschen Geld hat der Kurs. Ich würde meinen Arsch darauf verwenden, dass das der Schlüssel zu schmieden ist. Ja, wirklich. Aber ist schon mal aufgefallen, dass es euch gar kein Slack mehr gibt, wie im Zweier als Statusding? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Aber diesmal gibt es so Strahlung und das gab es im Zweier nicht. Ja, das stimmt auch. Ich benutze mal der Key. Use the Key, babe. Ja, Mann. Feind Erforschung, Mann. Nach dem Krieg werden die KDK die folgenden Bezirke kontrollieren. Seaport, Mercutio und den Gartenbezirk. Du hast den Atlas-Widerstand unterschätzt. Wir wollen sofort noch 1000 Dropships. 1000? Und eure idiotischen Anhänger sollen sie dann fliegen? Ich bin noch geschockt, dass sie überhaupt ihre Daumen benutzen können. Das ist übrigens auch einer ihrer Lieblingssnaps. Daumen. Mach weiter. Okay. Ich habe irgendwie eine Nachricht. Ja, ich auch von Maliwan. Die haben mir eine Pistole geschickt. Echt? Oh, schon wieder hier. Guck mal. Wunderbar. Keys angenommen. Wo kann man die Nachrichten checken? Ach, hier. In der Social. Social, Junge. In der Social Media. Was ist denn die Knarre? Ich weiß. Was? Uh, geile. Ja, die Knarre kann aber nichts. Ja, gut. Ist ein bisschen stärker als die, die ich habe. Und ansonsten auch besser. So von den Werten her. Aber ich habe mehrere von den Effekten. Ja, das sind. Wo ist denn das jetzt? Oh, das sind wir da. Ganz weit unten. Binde den Spio und das unten. Ja. Waren wir noch gar nicht. Wenn wir schon hier sind, machen wir natürlich die Hauptquests weiter hier mit dem Hebel ziehen. Das ist gesperrt, verdammt. Da hat Fabi schon dran gezogen. Ah, fuck. Okay. Ja, wir müssen mal reinspringen, Mann. Ist alles gut. In das Loch, Alter, sagst du? Ja. Ja, das Loch, sag ich. Okay. Fuck. Ich habe meine Ländleer. Mach das einfach mal. Mach das mal vor, Fabi. Fuck. Was kommt da? Da kommt das geflogen. Was über Sphäre. Oh, von Mann. Da ist diese Augen, Viecher. Was heißt das? Wir sind das Loch reingesprungen. Ich mach das nicht. Aber kein Scherz. Schock auf der vorstehenden Tod. 30 Prozent. Hä? Okay. Die Scheiß fieh ich eigentlich mal. Jetzt sind wir auch auf der richtigen Ebene, was die Nebenmission angeht. Ja. Ja. Keine Pfeile mehr. Kann man hier was denn denken mehr? Was ist mit der Hauptquest? Wollen wir die gar nicht noch? Die ist doch hier allein, oder? Die Hauptquestin. Ja, ich glaube, da hätten wir noch oben bleiben müssen. Egal. Ja, war die Hauptquest nicht Hebel ziehen? Weiß ich nicht. Also, ich habe den Hebel gezogen. Hier soll der jetzt einfach reingesprungen. Ja, das sah so schon verlockend aus. Ja, sieht gut aus, glaube ich. Sieht gut aus. Ja, ja, wir sind auf der richtigen Ebene. Ja, das sah gut aus. Ich aktiviere lieber erstmal die Hauptquest. Die ist nämlich näher dran. Die Map ist verstörend jetzt gerade. Okay. Hier gibt es doch bestimmt noch was. Hier ist bestimmt irgendwo so eine Kiste noch, gell? Müsste eigentlich was, gell? Irgendwo. Irgendwo. Ja, gar nicht. Wollen wir diese Dinge eigentlich abschießen? Passiert was? Ich hoffe, wir gehen bald in so einen vierten Slot, ey. Wenn ich mich auch. Hoffentlich, man. Hoffentlich. Nee, es sieht nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Oh fuck. Einfach mal abgerutscht. Okay. Na, ich sehe von hier oben jetzt auch nichts. Oh nein. Oh, ist auch gut. Rare. Nope, wir können. Alles klar, Mann. Ich bin ready. Hey da. Das sind wieder Stinker. Guck mal, da hinten sind Stinker. Von hinten. Stinker, komm. Ich mache keinen Schaden mit der Waffe. Natürlich. Vorsicht. Sterb. Der Vorbote. Der Vorbote. Geiler Name. Wo ist der Vorbote? Ist schon tot. So. Was lassen die da fallen? Ach so, das ist ein Granat. Ding anlassen. Das ist ein Granaten fallen. Oh. Oh. Das ist ja schön. Das ist ja. Ah, untersuche die Sphäre. Alles klar. Die liegt so schön rum hier. Nein, die stinkt nach Rätschpisse. Nee, die stinkt nach Pisse, Mann. Pisse. Pisse. Wo ist das ein Iridium vorkommen? Äh, hallo? Ah, bist du zu schwach? Ja. Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Das sind wahre Worte, Mann. Okay, also. Ich sehe, da ist nichts Falsches dran. Kannst du mal da hochledern? Danke. Kaum zu Riech mal einer aus. Die ist ja voll Pride, Mann. Die hat sogar ein Herz gemacht. Ja. Habe ich extra angemalt. Geil, Alter. Bin drin. Der Bart. Alter. Ich muss der Bart da sein. Also für die Akten. Das hier ist keine Sonde. Nenn mich bloß nicht Ries-Sonde oder so. Ries-Sonde. Nenn mich Ries-Sphäre. Alter. Nüchter Zungenbrecher. Ries-S... Ries-Sonde. Jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Nenn mich Ries-Bällchen. Nein. Das mache ich nicht. Wir müssen den Riesen hochhalten und dein Kammerschlüsselfagment besorgen. Ries-Bällchen? Alles klar. Ries-Bällchen? Guck mal, was hier unten ist. Ries-Sphären-Scan abgeschlossen. Alter. Unter der Treppe. Da war Zeugs. Unter der Treppe war er unter der Treppe. Juhu. Bitte was? Was hat der? Hörmann-Kammerjäger. Da geht's hoch. Achtung, treue Malewon-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine Zwei-Stunden-Karte für die Zanara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25... Wow. Dafür sind wir jetzt hier hochgekommen. ...Massagen mit Skettöl und private Kammern mit unseren Service-Bots. Das alles ganz ohne Fragen. Ich komme! Ah, hier ist dieses Ding. Wo muss das jetzt sein? Der Typ redet noch hier. So ist das halt im RIG. Wow. Scheißvieh. Oh fuck, ich habe einen Hands-Up-Jackie gefunden. Hands-Up-Jackie? Ja. Oh, ist ein Hands-Up-Jackie, Mann. Hier, komm zu mir. Where are you? Hier hat das Gesicht, das ist einer. Und das Gesicht von Hands-Up-Jackie sieht mega hässlich aus. Ich sehe nicht mal, wo du bist. Ah, da unten. Ja, komm. Ich greife jetzt extra nicht an, dass du es aussiehst. Ich bin zu sauer. Ich komme, ich komme, ich komme. Die da? Und der Jackie-Sphäre auch noch. Hands-Up-Jackie? Hands-Up-Jackie, ja. What the fuck? Ali, stark. Richtig, bin tot. Ali ist richtig stark. Ja, das ist ja auch ein Boss-Fight, Dings. Halt mich mal, jemand. Wo ist er denn hier? Ich bin gerade im Roboter. Kann jemand mit Augen aufhören? Ja, da unten geht es da so lang. Ich bin down, ihr Wichser. Boah, ich bin auch gleich down, ey. Das wird richtig schaden. Da unten geht es lang. Untertitelung des ZDF, 2020